Wir haben aber auf jeden Fall erstmal hier bei Level 25 eben dieses 83x20er Pack oder 87x3er Pack zum Mitnehmen. Ja, ich habe euch gestern gefragt, was soll man machen? Erstmal natürlich welche Optionen nehmen. Grundsätzlich natürlich hierfür 83x20er finde ich attraktiver. Und dann habe ich euch gefragt, was soll ich machen? Eben jetzt öffnen noch zur Fire vs. Ice Promo oder eben öffnen zum Team of the Year. Ja, es ist so ein bisschen 50-50 gewesen, muss ich ehrlich sagen. Und ganz ehrlich, wir können auch so viel Futter ansammeln die nächste Zeit. Wir nehmen einfach jetzt Level 25 mit, ja. Wir werden das öffnen, 83x20er Pack öffnen wir. Das heißt, wir gehen hier einmal drauf. Wir sehen Option 1, wir sehen Option 2. Wir entscheiden uns für Option 1. Lasst mir gerne in den Kommentaren wissen, auf welche Option ihr gegangen seid. Schreibt es mal gerne rein runter in die YouTube-Kommentare. Wir werden das 83x20er Pack jetzt heute hier tatsächlich öffnen. Ihr könnt es gerne aufsparen, Freunde. Aber ich denke auf jeden Fall, wir haben noch lange genug Zeit, eben, ja, um Packs zu sparen. Zum einen, bevor das Team of the Year dann endgültig losgeht. Aber dazu gleich auch nochmal mehr. Aber jetzt natürlich die Frage der Fragen. Was ist in diesem... Den Rest sparen wir wirklich jetzt auf zum Team of the Year, habe ich mir übrigens überlegt. Ähm, vielleicht das eine oder andere Pack mache ich noch oft gern auf. Aber was ist in diesem 83x20er Pack, EA? Was ist da drin? Wir werden es öffnen in 3, in 2, in 1. Und let's go. Es wird... Oh? Das ist die Featured Team of the Week. Das ist der Team of the Week. Das ist Ramirez. So sieht es nämlich aus. Jawoll. Alright. Alright. Hm. Die sieht aber gar nicht so schlecht aus. Interessant. Interessante Karte. Featured Team of the Week. Mit was? Oh, zwei Team of the Weeks. Alright. Also, SPC-Futter hat sich auf jeden Fall schon mal definitiv bestätigt. Das haben wir definitiv am Start. Hallo, yay. Sind die Server jetzt wieder hier am Verkacken, oder was? So, Freunde. Wir mussten natürlich EAFC neu starten. Danke, Server. Perfekt. Also, wir haben Ramirez am Start. Und das ist tatsächlich einer der teuersten vom Team of the Week. Roundabout. Jetzt kurz nach 19 Uhr bei 100k. Mal gucken, ob sie sich dabei hält. Sie hat auf jeden Fall ein nettes Upgrade durch die Featured-Geschichte. Wir haben 4-Stelle und 3-Stelle nach wie vor am Start. Hochmittel-Arbeitsraten. Und dann halt die Frage der Linkbarkeit. Hier auf jeden Fall gegeben. Wir haben aber 6 Spielstile. Und ja, Tempo ist da. Schuss ist da. Dribbling. Sehr, sehr nice. Vor allem 95 Bewegung, 90 Balance. Und die Füße ist saftig 90. Haben wir 91 Kopfball-Rustation, 99er Sprungkraft. 97er Ausdauer. Das heißt, der geht die Luft definitiv nicht aus. Und dann eben 6 Spielstile. Da ist angestellter Schuss mit dabei. Wir haben Technik dabei. Wir haben First Touch. Und dann haben wir schneller Schritt. Unerbittlich. Und dann in der Luft als Plus. Playstart Plus. Sergio Cameo. 83er Grader. Das ist definitiv ein SBC-Futter. Merino haben wir mit dabei. Packen wir die schon mal rein in den Verein. Und dann haben wir 84er ein paar. 83er. Ja. Und damit geht es dann zu Ende. Ja gut. Da kümmere ich mich natürlich dann gleich drum. Und ich würde sagen, wir machen dann mit dem Team of the Week jetzt einmal weiter.